Wunderschönen guten Abend, hallo zusammen zum nächsten Trailer, zur nächsten Programmvorschau. Geht hauptsächlich um die zwei Punkte, die Akte Wieler, das käme dann im Set 2. Ein super Beitrag von KlarTV, den ich dann gespiegelt habe. Da geht es dann auch wieder ein bisschen drum, um den Wieler, um RKI, um die Inzidenzen, um den PCR-Test. Haben sie, denke ich, jetzt nach meinem Gefühl prima gelöst, prima aufgeklärt. Und habe dann heute bei Telegram dann auch noch ein interessantes Audio gehört, wo sich dann ein Mensch, ein Mann, dann zu den Demonstrationen oder was die bringen oder gebracht haben in der Vergangenheit oder was jetzt hier bei uns alles abgeht, geäußert hat. Das heißt, jetzt ist von mir Eigenleistung gar nicht so großartig viel dabei, aber die zwei Sachen, denke ich, sind auch ungemein wichtig. Und das könnt ihr dann schauen bei VK oder Hören und bei BitChute und die sich die Vorschau dann bei Wake News TV aufrufen. Entsprechend den Link kopieren in die Browserzeile ab damit. Und dann vielleicht bis gleich. Tschüss. Tschüss.